Hi Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich im Kinderzimmer meiner Tochter und ich möchte jetzt einfach ein ganz kurzes Video dazu machen, dass ich euch einen guten Rutsch wünsche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Und ja, nächste Projekte. Also ich habe jetzt das Vergnügen, dass Sissi, die kleine Katze hinter mir, schwanger ist und dass wir, wenn es gut läuft, im Januar Babys erwarten. Und ich will jetzt einfach mal versuchen, da ein paar schöne Bilder einzufangen, ein bisschen die Geburt und sowas alles, dass man da einfach schöne Sachen machen kann. Und ja, hoffe, das wird schöne Bilder geben und vielleicht habt ihr auch ein bisschen Vergnügen daran und sie klaut schon wieder, habt ihr gesehen, ne? Jo, also guten Rutsch, viel Spaß und drückt mir die Daumen, dass alles glatt läuft und dass schöne Bilder dabei rauskommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig, wenn ihr heute Nacht zum Ballern rausgeht und ein bisschen was getrunken habt, denkt daran, nehmt eure Schlüssel mit. Viel Spaß.